Hallo zusammen, hier ist die Deutscher und heute bin ich mal wieder für euch in Leech unterwegs. Und zwar wollte ich euch hier wieder so einen kleinen Videoguide präsentieren. Heute geht es nämlich um Pet Battle Pets. Und ja, wenn ihr vielleicht auch so ein Sammler seid wie ich, dann habt ihr bestimmt auch schon das Problem, dass ihr ja hier an diese Grenze stoßt. Und zwar, ihr seht hier die Gesamtzahl eurer Haustiere und ihr könnt bis zu 1000 Haustiere insgesamt und jedes Haustier bis zu dreimal besitzen. Ja, schöne Sache, das mit den dreimal, denke ich mal, geht noch ganz gut klar. Aber da es ja immer mehr Haustiere mit den jeweiligen Addons gibt und jetzt auch mit Leech wieder einige neue, habe ich die Problematik, dass ich hier langsam an das Cap stoße. Und zwar bin ich bei 994 von 1000 Stück. Und ja, ich habe jetzt zwar noch ein paar Low-E, die ich noch hochspielen muss, aber wenn ihr jetzt guckt hier bei den höheren, die sind alle blau und 25. Das habe ich damals schon in MOP bzw. teilweise in WOD gespielt. Und ja, jetzt habe ich halt die Problematik, dass ich, wenn dann noch ein paar Viecher loswerden muss, beziehungsweise irgendwie schauen muss, dass ich dieses Cap hier erhöhe. Und dazu gibt es nämlich ein schönes Item. Und zwar haben wir hier Taschenportal für Haustüre, welches wir einsetzen können. Und dann haben wir accountweit, ja klar, es muss accountweit sein, weil Pet-Battle-Fiecher sind ja auch accountweit, unser Cap auf 1500 Pet-Battle-Fiecher erhöhen. Und wo bekommen wir das her? Und zwar über ein Achievement. Jetzt setze ich das erstmal ein hier. Und tadaa, mein Cap ist jetzt auf 1500. Wird wahrscheinlich auch bald wieder voll sein, ja. Also aktiv mache ich jetzt gerade nicht so viel Pet-Battle, aber ich bin halt immer an dem Cap dran. Und habe da auch blöderweise die Problematik, dass ich ja ab und an immer so Giveaways mir zu Pads unter anderem mache, weil man die halt am besten weitergeben kann. Und dann die Problematik, dass ich da die Dinger nicht lernen kann und wieder in Käfige packen kann und euch dann da was an Pads geben kann, weil ich da ständig an diesem blöden Cap dran bin. Ja gut, aber das ist eher so mein Problem. Jetzt zu der Geschichte, wo wir das herbekommen. Und zwar, dieses Item, was ich eben eingesetzt habe, bekommen wir, hier sieht man es nochmal, Belohnungen, Taschenportal für Haustüre. Bekommen wir hier für ein Achievement. Und zwar ist es ein Account-Achievement. Das sieht man immer hier oben an diesem blauen Balken. Wenn, beziehungsweise habe ich jetzt hier eins genau, hier, wenn dieser Balken hier vorhanden ist, also auch schon ausgegraut, dann heißt es immer, dass man es mit mehreren Charts, man kann also, beziehungsweise man kann jeden einzelnen Punkt mit einem unterschiedlichen Chart theoretisch auf dem Battle.net-Account machen. Und für dieses Achievement müssen wir einfach insgesamt 30 verschiedene Haustier-Weltquests abschließen. Und da solltet ihr vielleicht immer so ein bisschen am Tag gucken, also sprich, wenn ihr einloggt, einmal schauen auf der Karte, ich mach das jetzt mal groß, auf der Karte mal gucken, okay, hab ich hier irgendwo eine Pet-Battle-Worldquest, dann erledige ich die schnell. Hier zum Beispiel ist eine Pet-Battle-Worldquest. Ich hab jetzt das Achievement an der Stelle schon, aber ich hab da halt immer geguckt, auch selbst wenn ich sage, okay, ich hab jetzt wenig Zeit, ich mein jetzt keine Worldquests an dem Tag, einfach kurz einmal die Pet-Battle-Worldquest mitnehmen, weil es sind halt immer nur ein, zwei von diesen Quests da und ihr müsst dann teilweise echt lang warten, bis ihr dann mal die 30 vollbekommt. Es gibt über 30, man hat hier, also ich weiß jetzt nicht wie viel, es sind nicht ganz, ganz viel mehr als 30, aber man muss wirklich nicht jede Quest machen, wenn ihr jetzt einen habt, wo ihr sagt, okay, den schaffe ich jetzt ums Verrecken nicht, ihr müsst nicht wirklich jeden machen, aber ihr solltet halt immer schauen, das ist z.B. mitten. Andersrum gibt es noch ein Achievement für Angelquests, also wenn ihr jetzt sagt, ich will eh wegen Achievements allgemein gucken, es gibt auch noch ein Angel-Meta-Achievement, da müsst ihr wirklich jede Angelquest machen, ne? Also da kommt ihr nicht aus, bei Pet-Battle habt ihr es ein bisschen einfacher. Ja gut, ist jetzt eigentlich nur so ein kurzes Informationsvideo zu dem Ganzen, vielleicht für den einen oder anderen praktisch, der jetzt auch da mit den Maximalkap von den Pets am Hadern ist. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende von dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, beziehungsweise mir vielleicht den einen oder anderen Kommentar da lasst. Und ach ja, am Ende wollte ich noch was zeigen, hier. Ja, hehehehe. 5 Mille Tank Druid, 5 Mille Tank Druid und ohne Ausdauerflasen. Nur so viel am Rande, ich freue mich. Ich habe jetzt irgendwas an, was vielleicht nicht so sinnvoll ist, hauptsache mit Mastery drauf, dass ich mehr Live habe, weil ich es eher mit Mastery auf, also über Mastery kriege ich Live als Drill Tank. Aber das wollte ich einfach nur mal so zeigen, dass ich jetzt auf 5 Millionen Live komme, dass das ziemlich retarded ist. Aber gut, so viel dazu. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euch noch einen schönen Tag. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.